und jetzt kommt da noch ein Quarz rein und der Quarz den habe ich schon bestellt der kommt in smd 8 megahertz wie kriege ich das jetzt hin smd 8 megahertz Quarz da rein zu kriegen das will ich euch zeigen ich habe den eigentlich schon soweit fertig ich mache es noch mal ich habe genug davon ja wie kriege ich jetzt diesen Quarz diese platine ich könnte ihn jetzt hier so drauf löten hätte ich mir die pets machen können will ich aber nicht ausprobiert kleiner tipp wenn ihr sowas habt und das sollte funktionieren biegt die beinchen hoch denn die smd variante hiervon sieht genauso aus dieses plastikteil nehme ich natürlich runter und dann habe ich ein paar beinchen die sind ein bisschen länger ist auch isoliert und ich kann den Quarz da rein stecken so acht megahertz Quarz in die Platine und kann ihn anlöten